Herzlich willkommen zur Placetail Academy. Mein Name ist Martin Jescher und ich führe Sie durch das heutige Video. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie mit dem WebEx Client als Softphone einfach ein- und ausgehende Telefonate führen können. Je nachdem, welche Lizenz Sie gebucht haben, sehen Sie im WebEx Client entweder nur reine Telefonie-Funktion oder zusätzlich auch noch Messaging- und Meeting-Funktionalitäten. In diesem Fall gehen wir aber nur auf die reinen Telefonie-Funktionen ein. Es ist ganz einfach, ein Telefonat zu führen. Sie können jederzeit in Ihren Kontakten einen Kontakt auswählen, auf den Hörer klicken und die notwendige Nummer auswählen, zum Beispiel eine Mobilfunknummer oder eine Festnetznummer. Bei internen Kontakten haben Sie die Möglichkeit, auch die interne Durchwahl auszuwählen, um den Nutzer anzurufen. Sollten Sie einen Kontakt nicht direkt in Ihren Kontakten gespeichert haben, können Sie diesen auch einfach über das Suchfeld finden und dann über den grünen Hörer anrufen. Wenn Sie keinen Kontakt anrufen möchten, sondern einfach eine freie Nummer, können Sie das hier über die Tastatur machen. Hier geben Sie jetzt einfach die notwendige Handynummer ein, die Sie anrufen möchten, zum Beispiel 0178 0179 und dann klicken Sie auf das grüne Hörersymbol und der Anruf wird gestartet. Sie können jetzt in diesem Anruf zum Beispiel den Anruf halten, übergeben oder eine Konferenz daraus machen. Wenn wir den Anruf übergeben wollen, dann kann ich jetzt hier ebenfalls nach einem Kollegen suchen und den Anruf direkt an den Kollegen übergeben oder ich kann auch hier einfach eine andere Rufnummer eingeben, zum Beispiel eine Kurzwahl, an die ich durchvermitteln möchte, 523 514 und kann dann hier auf den Pfeil drücken. Beides ist möglich. Den Anruf beenden können Sie über die Anruf beenden Taste. Wenn Sie zur Tastatur gehen, können Sie sich durch Tasten Wahlmenüs klicken, zum Beispiel in Hotlines oder Ähnlichem, wo Sie dann die 1 drücken müssen, um einen bestimmten Gesprächspartner zu erreichen oder die 2. Wir beenden den Anruf mal und schauen uns noch mal ganz kurz die Anrufliste an. Wenn Sie hier auf Anrufe klicken, sehen Sie nämlich alle Ihre getätigten Anrufe und sehen auch entsprechend, ob der Anruf angenommen wurde oder nicht angenommen wurde, verpasste Anrufe etc. Sie sehen auch, über welche Leitung Sie rein und raus telefoniert haben, sofern Sie mehrere Leitungen angelegt haben. Das kann Ihr Administrator für Sie machen. Und sehen auch, ob ein Anruf zum Beispiel aus einer Gruppe kam. Dann sehen Sie hier nämlich weitergeleitet von Name der Gruppe, zum Beispiel Support oder Sales oder Ähnliches. In der Sprach-Mailbox sehen Sie Ihre Mailbox-Nachrichten. Das heißt, wenn Sie die Mailbox konfiguriert und aktiviert haben, wie das geht, sehen Sie in einem anderen Video der Playstyle Academy, dann tauchen die Sprach-Mailbox-Nachrichten hier auf und Sie können auch direkt die Transkription sehen. Sie sehen also hier aus Ihrer Mailbox-Nachricht, die Sie bekommen haben, wurde auch ein Text generiert. Sie müssen die Nachricht eigentlich gar nicht mehr anhören. Sie können es natürlich trotzdem, indem Sie hier auf Play drücken, dann würde die Nachricht entsprechend abgespielt. Sie sehen unter dem Informationsbutton auch noch weitere Features, wie zum Beispiel die Möglichkeit, die Nachricht als ungelesen zu markieren oder die Nachricht auch direkt zu löschen. Wenn Sie jetzt dauerhaft Ihren Anschluss umleiten möchten, dann können Sie hier auf die Anrufeinstellungen gehen und können hier zum Beispiel direkt auf Ihre Voicemail umleiten oder an eine vorgefertigte Nummer. Wie das im Detail geht, zeigen wir Ihnen aber auch in einem extra Video noch einmal. Wenn Sie einen eingehenden Anruf bekommen, dann sieht das Ganze so aus, dass hier unten rechts ein Symbol aufgeht und da können Sie einfach auf Antworten oder auf Ablehnen klicken und dann entsprechend den Call tätigen und auch die gleichen Funktionen wie bei einem ausgehenden Call nutzen. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen weitergeholfen und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem Bebex-Produkt.